Hallo und herzlich willkommen Gaming-Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Ihr wollt wissen, was die besten Waffen in Helldivers 2 sind, genau das präsentiere ich euch hier in dem Video. Ich hätte da jetzt eine epische Tierlist draus machen können, aber ich kann es auch einfach schnell und kompakt sagen. Die schlechtesten Waffen, die besten Waffen, das ist einfach Fakt. Wenn man das Game eine Weile zockt, merkt man das auch sofort, wo da die Ausbrecher sind, welche sich gut handeln lassen und in Stresssituationen wirklich ein verlässlicher Partner sind. Hab alles clear auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, wer mich noch nicht kennt. Und auch Solo und ansonsten könnt ihr auch gerne in meinem Stream vorbeischauen. Unten in der Infobox ist mein Twitch-Kanal verlinkt. Gestern haben wir Community-Runden gemacht, alles gecleart mit der Community. Und das macht natürlich auch Spaß. Einfach reinschauen in den Chat, sagen, hey Dried, hast du gerade einen Platz frei? Und dann können wir gerne gemeinsam zocken. Außer ich mache gerade einen Solo-Run, dann ist es natürlich schlechter. So und wenn ihr richtig Bock habt, dann lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Und natürlich ein Abonnement ist für euch völlig kostenlos. Und hilft mir auf dem Weg zu 30.000 Abonnenten. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Boah, was habe ich mich gefreut, als ich den ersten Laser freigeschaltet habe. Ich dachte, jetzt geht es richtig rund. Jetzt wird alles rasiert. Ja, die Roboter, macht ja auch Sinn. Eine Laserwaffe gegen Metall, let's go, wie so ein Laserschwert. See you later, Terminator. Aber leider LAS-5-Side, muss ich ganz ehrlich sagen, Damage schlecht, komplett reingeschissen, enttäuschend. Macht einfach keinen Spaß, die Laserwaffe zu zocken, weil man einfach ein anderes Feeling hat. Den einzigen Laser, den ich mitnehme, das ist der von meinem Bot, beziehungsweise von meiner Drohne, dass der wirklich die kleinen Bugs mir vom Leib hält und ich schön reinschnetzeln kann gegen die anderen Bugs. Aber ansonsten, der Laser, pff, würde ich die Finger davon lassen. Genauso wie der Schmor, ich habe ihn gezockt, manche feiern ihn, aber ich sehe ihn auch nicht im oberen Tierbereich. Das sind für mich mit die schlechtesten Waffen im Spiel. Dann kommt die erste Waffe aus dem Premium Pass, der Spreng-Liberator Plus. Und ja, da denkst du, geil, aber muss man ganz ehrlich sagen, kannst du mit zum Laser packen. Finger weg, brauchst du gar nicht zocken. Hoher Recoil, extrem wenig Schaden, Selbstverwundungsgefahr und so weiter. Ja, kannst du probieren, aber ich würde es nicht empfehlen, D-Tier. Müssen wir drüber reden, weil sie echt teuer ist in der Anschaffung. Ich habe sie gezockt und ein Kollege hat mir die öfter gedroppt, weil ich es einfach wissen wollte für das Video. Spray and Bray Breaker kannst du einfach vergessen. Wenn man die normale Breaker dagegen sieht, die ist viel, viel besser. Und es ist irgendwie schade, weil wir brauchen viele Kriegsanleihen, um die freizuschalten. Und dann hast du erhöhten Recoil. Ja, irgendwie die Panzerdurchdringung funktioniert nicht richtig. Da ist irgendwas schiefgelaufen bei der Waffe. Ist ja genauso auch bei der Rüstung. Da gibt es ja ein paar Werte, die nicht exakt sind. Ich denke, hier wird noch irgendwas gebufft, weil im Moment braucht ihr die Spray and Bray nicht zu spielen. Ehrlich, lohnt sich nicht. Die Dominator. Sie kann tatsächlich Spielfelder dominieren. Für manche absolutes S-Tier, für manche C-Tier. Ich denke, das ist eine persönliche Präferenz, weil sie hat ein geringes Magazin. Aber in starken Kombinationen, auch wieder hier mit der Drohne, die euch zum Beispiel die kleinen Bugs vom Leib hält, aber auch gegen Roboter, ja, wegen der mittleren Panzerdurchdringung, kann sie extrem stark sein. Im A- oder S-Tier anzusiedeln und auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich denke, in einer guten Gruppe und mit einem guten Line-Up eine extrem starke Waffe, die ihr auf jeden Fall probieren sollt, ob sie eurer persönlichen Präferenz zusagt oder nicht. Aber die Dominator ist eigentlich eine gute Waffe. Die Penetration Liberator, ich habe sie lange gezockt, aber eigentlich für das Preis-Leistungs-Verhältnis, für die Kriegsanleihen, da bekommt man früher einfach bessere Waffen. Ich muss sagen, ja, sie ist ein treuer Begleiter, hat irgendwie ein gutes Feeling bei Bugs, aber ehrlich gesagt ist sie nur B-Tier. Ja, muss man ganz klar sagen, Penetration Liberator, ab ins B-Tier, maximal ganz schwaches A-Tier, aber wirklich da anzusiedeln. Die Diligence habe ich sehr, sehr gerne und auch lange gezockt, ist eine gute Präzisionswaffe, die man schon sehr, sehr früh im Spiel bekommt. Der Herr, ein sehr, sehr langer Begleiter im mit- und frühen Endgame und deshalb hier auf jeden Fall auch im A-Tier anzusiedeln. Die Standard-Version der Liberator, die ganzen Maschinenpistolen und die Punisher-Version der Schrotflinte, absolut stabile Waffen im Bereich Recoil, Magazin, Magazin-Nachladegeschwindigkeit und Durchschlagskraft. Muss man ganz ehrlich sagen, das sind verlässliche Partner, die kannst du immer zocken. Ja, auch die Brandbreaker wurde sehr, sehr oft oder wird immer noch sehr, sehr oft gegen Bugs gespielt, wegen dem Brandschaden, also die kannst du immer mitnehmen. Gerade hier die Maschinenpistolen gar nicht so zu unterschätzen bei einem mobilen Line-Up, wo du schnell spielen kannst. Erstens natürlich auch gegen die Bugs, gegen die kleineren Bugs, aber auch um schnell zum Beispiel diese A-T-S-T's aus Star Wars, diese Roboter, die da oben draufstehen auf diesen Walkern, die kannst du schnell flanken, wegnehmen, aber auch die großen Hulks, die haben hinten diese Energiezelle drauf und dann gehst du mit der Maschinenpistole, ratterst da schön rein, 1A, ne, kannst du easy zocken, Maschinenpistolen, wer sie noch nicht gespielt hat, sollte sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Alle Waffen, die ich genannt habe, gerade absolut stabil, A-Tier-Bereich. Die Schar-Schützen-Delligence, absolut situationsabhängig, deshalb ist es schwer, sie in ein Tier einzuordnen, aber ich muss sagen, ich habe damit meine erste Roboter-Mission auf Stufe 9 Solo gecleared, war extrem spannend, weil du halt aus der Range wirklich Gegner rausnehmen kannst und dann aus einer guten Kombination der Sekundärwaffe und Unterstützungswaffe hier ein gutes Line-Up bauen kannst. In der Gruppe sicherlich auch nicht schlecht, aber wenn du andere Waffen im Vergleich hast und dann Situationen unter Druck hast, ja, hiermit musst du dich hinknien, du musst dir die Zeit nehmen, da ist es doch für schnelle, effektive Gameplay, ist sie nicht ganz so stark, deswegen im B-Tier und im A-Tier-Bereich anzusiedeln. Jetzt kommen wir in den S-Tier-Bereich, die absolute Nummer 1, SG-225 Breaker. Overall gesehen ist das im Moment die beste Waffe, erreichst du relativ früh im Spiel vollautomatische Schrotflinte, hoher Schaden, ausreichende Kapazität, geringer Rückstoß, einfach das Gesamtpaket ist wirklich gut und dann noch die hohe Feuerrate. Also darüber brauchen wir gar nicht zu reden, die Breaker, wenn man sie mal ausprobiert hat, merkt man sofort, was das für eine starke Waffe ist und deshalb ist es im Moment auch overall gesehen die Nummer 1. Lass uns noch ganz kurz die Sekundärwaffen einteilen, da haben wir hier den Peacemaker, ja, das geht ziemlich schnell, ist die schlechteste, dann haben wir den Senator, viele sehen die natürlich im A-Tier-Bereich, ja, aber für mich persönlich absolutes S-Tier. Ich lade die immer nur nach, wenn ich laufe und dann, wenn ich sie brauche, ist die Senator da. Ich liebe einfach das Revolver-Gameplay, muss man ganz klar sagen, aber wenn man das Gesamtpaket sieht, ist sie wahrscheinlich im oberen A-Tier-Bereich, ja, aber die Senator ist meine persönliche Liebe, ich gehe ohne die Senator, nicht auf irgendeinem Planeten, auf Bugjagd oder Roboterjagd, ja, ist mein persönliches Ding. Und dann haben wir noch die Redeemer, ne, vollautomatische Pistole, habe ich auch sehr, sehr lange gezockt, extrem hohe Feuerrate, ist im Moment die beste Sekundärwaffe im Gesamtpaket, muss man ganz klar sagen. Die Waffenkombination ist natürlich auch von der persönlichen Vorliebe bestimmt, deshalb bin ich gespannt. Welche Waffe findet ihr am stärksten? Welche Waffenkombination zockt ihr am liebsten? Schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht kann ich dann auch nochmal die ein oder andere Sache ausprobieren, die ich relativ interessant finde. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch mein Content gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, über Support würde ich mich mega freuen. Und das Wichtigste für die Demokratie, bleibt gesund, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Schaut doch gerne live auf Twitch vorbei. Euer Dread. Ciao. Bis zum nächsten Mal.